Musiker und Weltrekordhalter Joey Kelly. Hallo, Joey Kelly! Überrascht mit einer revolutionären Erfindung. Das ist richtig was Geiles. Ich bin total irre, was du da entwickelt hast. Wahnsinn. Ja, nicht schlecht. Und dann heißt es plötzlich Löwinnen gegen Löwen. Lass uns mal schnell sprechen. Ja, aber es sind auch Männer hier, die sich sehr gut auskennen. Jetzt hör mal auf zu reden, du bist gerade falsch abbiegen. Erfindungen, die unsere Welt verändern. In der Höhle der Löwen. Montag, 20.15 Uhr.